Wenn ich da rübergehe, dann finde ich doch, durch Zufall, was für'n Hansi. Was könnte denn das sein, Hansi? Wir haben schon gesagt, wenn wir auf der Seilalm sind, dann müssen wir hier. Das ist aber nicht das 29. oder 30. Ball. Wir haben es gehofft. Jetzt musst du die Geschichte raushauen, einmal noch für uns. Würstel und Seilalm. Hansi, du bist da aufgewachsen. Ja, ich bin da aufgewachsen. Die Großmacht haben gesagt, ich sollte euch in der Metzgerei fahren, weil die Wieschel ausgegangen sind und wir brauchen jetzt einen Haufen Wieschel für die Mänder. Jetzt bin ich Eure gefahren, so ein Mannhain gewesen, Rucksack hinten, ein bisschen wie Knieeure. Unten haben sie mir 30 Paar fahren gefordert, Rucksack rein und dann bin ich mit der Gondel hochgefahren. Und damals war die Rennwochen und das war damals so, dass Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Training war. Zwei Stunden Training. Da haben die Abfahrtsläufer fahren können, so oft, dass sie wollen haben. Das war ein Theater, wisst ihr seht, die sind stehenbleiben, haben geschaut, wie der Gegner fährt. Die sind hinter einem nachgefahren, schauen, wie der die Linie fährt, da ist der Zugang unglaublich. Und am Freitag war der erste offizielle Zeitlauf. Und genau da bin ich mit den 30 Paar Wieschel dahergekommen. Ich bin mit dem anderen raufgefahren, die Hände haben sie mich durchgefahren. Damals Kinde, Schranz, Periat, Duvi, wie soll ich heißen haben. Und ich mit den 30 Paar Frankfurter auf dem Weg. Jetzt haben sie mich vorher nachgeschießen lassen, weil ich habe ja heim müssen mit den Wieschel heimbringen. Schießt die Maus für euch, kommt zum Steilhang ein, fährt und auf einmal zieht sie mir die Ski auseinander. Und wie wusstet ihr so den Steilhang euch? Und während den Salterschlägens hat sie mir hinten einen Rucksack gekauft gemacht, dann sind die Paul Wieschel selbstständig geworden. Danke. Ich liege unten und die Wieschel am Steilhang vertraut. Und wirst du dafür haben, wie Nummer eins unterwegs. Und es war kein schlechterer als der Jean-Claude Quillet. Jetzt haben sie den aufgehalten, der ist stehenbleiben, und hat mir geholfen, die Wieschel zusammenklammeln. Das kann sein, dass das das länger ist. Vielleicht ist das das. Also 29 Paar haben wir noch gefunden. Sehr, sehr schöne Geschichte. ServusTV on, die Video- und Streaming-Plattform.